Eine weitere Episode auf meiner Kölsch-Rundreise führt mich heute zur Brauerei Helle. Was dieses Bier so besonders macht, das verrate ich euch alles nach lauter Rockmusik. Hey, schön, dass ihr weiter mit dabei geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in der Reihe Martin entdeckt die Kölsch-Welt. Und ich bin ja, wie ihr wisst, vor ein paar Wochen durch einen Supermarkt in Köln geschlaft. Das war euer Tipp auch, die Kölsch-Biere kennenzulernen. So viele gibt es ja tatsächlich nicht. Ich habe mir vorgestellt, dass es viel mehr Brauereien gibt, die Kölsch-Brauen. Aber das sind dann tatsächlich gar nicht so viele. Und ein Bier, was ich mitgebracht habe, ist das Kölsch der Brauerei Helle. Und die aufmerksamen Beobachter werden erkannt haben, Hier oben ist ein Bio-Siegel. Das heißt, die Brauerei Helle ist angeblich die einzige Brauerei, die mit Zutaten braut, die aus kontrolliert ökologischem Anbau stammen. Und das Ganze offensichtlich auch mit Bio-Zertifikat machen. Und ja, 4,5 Volumenprozent Alkohol sind hier aufgerufen. 11,7 Grad Plato. Ich habe das Ganze, ich würde mal sagen, so auf 6, 7 Grad runtergekühlt. Die Brauerei selber, und das finde ich sehr spannend, ist erst seit 1991 aktiv. Also es dürfte sich zumindest nach meinen Recherchen um eine der jüngsten Kölsch-Brauereien handeln, die im Augenblick am Markt aktiv sind. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze an. Bügelverschlussflasche hatte ich auch noch nicht. Zumindest nicht so oft bei Kölsch. Peters Kölsch war, glaube ich, auch in der Bügelverschlussflasche. Aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein besonderes Merkmal in Köln ist, dass es da so wenig aus Bügelflaschen gibt. Aber ansonsten schauen wir jetzt schon wieder genauso aus, wie wir das bisher gewohnt waren. Wir haben eine schöne, glanzfeine, strohgelbe Farbe. Wir haben oben einen Schaum, der durchschnittlich kompakt dafür, aber durchaus sehr fein sich gestaltet. Und in der Nase. So kräutriger Hopfen, aber auch so eine getreidig-süßliche Note. Aber was mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert ist, da ist auch so ein bisschen Zitrus. So ein bisschen Zitrusfrucht in der Nase. Dieses Bier übrigens ohne Weizenmalz. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, ob es typische gibt, die mit Weizenmalz, und welch typische gibt die ohne Weizenmalz. Also da scheint es nicht so eine verbindliche Regelung zu geben, ob man da jetzt Weizenmalz reinmachen muss oder nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, sehr zum Wohl. In jedem Fall mal sehr frisch. Ich glaube, das haben die Kölschbeere grundsätzlich eh gemeinsam. Das ist ein Bier, was man schnell mal nebenbei trinkt, in großen Mengen, und es dann auch sehr, sehr angenehm und zischend runter stürzt. Sehr schlank im Mund, schöne, kräutrige, bittere, so ein bisschen malzig, getreidig. Auch so leicht brotig, jetzt kommen so leicht brotige Noten durch. Und diese dezente Süße mit dem leicht brotigen, kräuterigen Hopfen macht es dann zu einem sehr ausgewogenen Getränk. Es hat sogar so eine leichte Karamellnote. Vom Körper her liegen wir hier beim schlanken Körper mit, muss ich auch sagen, Tendenz nach oben. Kohlensäure, zurückhaltend, aber so leicht spritzig ist es dann schon. Also schon sehr erfrischend. Insgesamt auch schön knackig. Und im Nachtrunk kommt dann so eine leichte Bittere auf. Die, muss ich sagen, habe ich ein bisschen vermisst vorhin. Es war nicht so intensiv, es war so leicht kräuterig, aber jetzt im Nachtrunk kommt die Bittere dann doch sehr angenehm durch. Schön getreidig. Das ist aber beim Kölschchen auch, ja, das ist alles relativ kurz gehalten hinten raus. Es ist auch ein bisschen trockener vielleicht und am Ende dann auch sehr kurz und bündig. Dann mache ich es auch ganz kurz und bündig. Brauerei Heller. Das Hellers Kölsch von Probiert.TV, muss ich sagen, gibt es da für 3,5 Punkte für das Hellers Kölsch von der Brauerei Heller. Das einzige Kölsch, das nach kontrolliert biologischem Anbau, konträt ökologischem Anbau gebraucht wird. Und ja, das ist doch mal aller Ehren wert. Findet, da braucht es eh noch ein bisschen mehr davon. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein bisschen Spaß mit dieser Kölsch-Serie habt. Schreibt mir mal, was euer Favoriten-Kölsch ist. Vielleicht kann ich das ja irgendwo auch mal ergattern und dann hier noch auf den Kanal so quasi als Nachtrag bringen. Den haben wir ja mit Weizenbieren auch mal gemacht. Da gab es dann noch eine Nachtragsserie und mit anderen Bieren dann auch. Ansonsten sollte es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Abonniere nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns morgen. Bis dahin. Tschüss Papa. Servus. Prost und Ahoi. Cheers. Tschüss. 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 Tschüss.